Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Guten Morgen, vor allen Dingen 12.01 Uhr. Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Freitag, der 26.08.2022. Es ist 12 Uhr und zwei Minuten. Ich bin seit etwa 10 Minuten zu Hause. In Berlin ist es wunderschön warm. Wir haben auf Bergen, in Bergen auf Rügen immer so 20, 22 Grad gehabt. In Berlin sind es 28, es bewegt sich kein Windchen. Nein, ich bin geschwitzt, weil ich vom Potsdamerplatz bis nach Hause gelaufen bin mit dem Koffer. Aber das war okay. Ja, was gibt es zu erzählen? Vlog heute sehr spät, weil ich heute früh um 5.30 Uhr irgendwie nur ins Bad bin. Dann meinen Koffer zu Ende gepackt habe, mit meiner Mama noch ein bisschen geredet habe. Und dann ging es auch schon zum Bahnhof, denn um 6.21 Uhr fuhr der Zug. Er war pünktlich, mehr oder weniger. Ich glaube 3, 4 Minuten zu spät, aber egal, das ist ja pünktlich. Wir haben den Anschlusszug auch noch bekommen. Der stand zum Glück auf dem Nachbargleis. Da musstest du nicht noch irgendwo runterrennen. Hier steht ein graues Haar ab und macht sich wieder ein auf Party hier. Ist schon im Wochenende anscheinend. Egal. Und von Bergen auf Rügen nach Stralsund war schon gut gefüllt, aber nicht wirklich voll. Aber waren halt erstaunlich viele Leute um 6.21 Uhr schon unterwegs. In Stralsund wurde es dann entsprechend voller. Also da war schon ordentlich was los. Und dann Richtung Berlin wurde es natürlich dann immer voller. Ist ja klar. Oranienburg stiegen dann auch einige ein, aber im Großen und Ganzen sind wir gut durchgekommen. Es war nicht über heiß im Zug, das muss ich mal sagen. Also das hatten wir ja auf der Hinfahrt am Montag, dass ich da irgendwie bei 30 Grad dreieinhalb Stunden durchgegart wurde. Das war nicht so schön. Jetzt auf der Rückfahrt war es super, aber wie gesagt, in Berlin selbst ist es sehr warm. Um 10.20 Uhr war ich am Potsdamer Platz. Dann habe ich ein paar Minuten gewartet dort. Mann, ey, Haare. Auf jeden Fall ein paar Minuten gewartet. 10.35 Uhr war Teammeeting. Das ging bis 11.30 Uhr. Und als ich dann gemerkt habe, ich kriege heute eh kein Wort mehr dazwischen, bin ich noch schnell beim Bürgermeister vorbei. Ich habe mir einen Burger geholt mit Pommes. Der steht jetzt im Wohnzimmer auf dem Tisch und wartet, gegessen zu werden. Der Arbeitsrechner ist angeschlossen. Ich mache heute Vertretung wieder für zwei Kollegen. Die sind temporär nicht da oder im Urlaub. Aber erstmal, wie gesagt, lasse ich es mir gleich schmecken. Und dann mache ich noch ein bisschen Arbeit, bevor ich ins Wochenende gehe. Ja, die Woche auf Rügen war schön. Ich bin viel gelaufen. Ich bin sowohl Dienstag, Mittwoch als auch Donnerstag jeweils zwei Stunden spaziert. Also nicht gerannt, aber ich bin immer von der Wohnung zu einem See gelaufen und dann einmal drumherum und wieder zurück. Und das hat halt zwei Stunden gedauert, waren etwas über acht Kilometer. Und das habe ich an drei Tagen gemacht. Das war ganz angenehm. Das war ganz schön, mal draußen zu sein und ein bisschen die Natur aufzunehmen, die Geräusche der Natur. Ich habe zwar hier und da mal ein bisschen Musik gehört, aber größtenteils hatte ich die Stöpsel raus. Und das war sehr angenehm. Ja, und der Abend gestern, da hatten wir Besuch. Diana, eine Freundin von meiner Mutter war da. Wir haben gegessen. Dann haben wir Kuhhandel gespielt, ein Kartenspiel von vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, 1999, 2005. Also es ist schon ewig alt. Gibt es, glaube ich, in der Edition zumindest nicht zu kaufen. Ob es das überhaupt noch gibt im Handel? Ich habe keine Ahnung. War lustig, hat Spaß gemacht. Und irgendwann um 22 Uhr wird dann Nachtruhe angesagt, so langsam. Und wie gesagt, um 5.30 Uhr hat heute der Wecker geklingelt. Ich hatte eigentlich vor, im Zug zu schlafen, hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich hatte eigentlich genügend Platz und meine Ruhe, aber irgendwie war ich wohl nicht müde genug, um dann nochmal wegzuknicken. Ja, gut. Das ist es von mir. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Die Abkühlung kommt auf Rügen wohl ab morgen, Regen bis nächste Woche rein. Und in Berlin soll es ja heute, glaube ich, ein wenig schütten. Also wir fallen ja heute irgendwie auf 20 Grad runter und morgen regnet es auch und dann bleiben wir bei 22 Grad in Berlin, was ich wunderbar finde. Also das finde ich gut. In der Wohnung ist es angenehm kühl. Da waren jetzt die Tage immer die Fenster zu. Ja, die Luft ist ein bisschen, naja, verbraucht auch nicht wirklich, weil ihr sitzt hier in dem Moment und pupst und atmet. Aber ich glaube, ich mache es heute Abend auf, wenn jetzt die 28 oder 30 Grad da reinkommen. Aber ich habe hier schon wieder ein bisschen Kopf. Das muss nicht sein. Gut, das ist es. Habt einen wunderschönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und dann bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Tschüss.